Weihnachten in Deutschland Ein festliches Quiz Weihnachtszeit ist eine der schönsten in Deutschland. Die Städte werden schön beleuchtet und dekoriert. Die Menschen schmücken ihre Häuser, kaufen Geschenke und bereiten sich auf Weihnachten vor. Wie feiern die Deutschen ihre Feste? Welche Traditionen und Bräuche gibt es? Wie gut kennt ihr Weihnachtsgeschichte über die Geburt von Jesus? Heute könnt ihr eure Kenntnisse prüfen. In diesem Video-Quiz stehen 18 Fragen über eines der wichtigsten Feste in Deutschland, über Weihnachten. Testet euer Wissen. Starten wir! Frage Nummer 1 Wann wird Weihnachten in Deutschland gefeiert? A. Am 6. Dezember B. Am 25. Dezember A. C. Am 31. Dezember Die richtige Antwort ist B. Weihnachten wird am 25. Dezember gefeiert. In Deutschland ist es ein gesetzlicher Feiertag. Frage Nummer 2 Was bedeutet eigentlich das Wort Weihnachten? A. In den heiligen Nächten B. In den kalten Nächten C. In den stillen Nächten Die richtige Antwort ist A. Das Wort Weihnachten stammt aus 11. Jahrhundert und bedeutet in den heiligen Nächten oder auch in den geweihten Nächten. Weihnachten nennt man auch Weihnacht, Christfest, Christtag, Heiliger Christ, Hochfest, der Gebot des Herrn. Frage Nummer 3 Feierlichkeiten zu Weihnachten beginnen am Vorabend am 24. Dezember Wie heißt der Abend am 24. Dezember? A. Der weise Abend B. Der lustige Abend C. Der heilige Abend Die richtige Antwort ist C. Der Abend am 24. Dezember nennt man der heilige Abend. Da wird auch Heiligabend oder Weihnachtsabend genannt. Am Abend findet in Deutschland traditionell die Beschwerung statt. Frage Nummer 4 Weihnachten ist ein wichtigster Festtag im Christentum. Was feiert man am 25. Dezember? A. Die Geburt von Jesus Christus B. Der Geburtstag von Gott C. Das neue Jahr Die richtige Antwort ist A. Seit Anfang des 4. Jahrhunderts feiern die Christen am 25. Dezember die Geburt Jesus. Frage Nummer 5 Nach einer biblischen Weihnachtsgeschichte wurde Jesus in einer israelischen Stadt geboren. In welcher? A. Bethlehem B. Nazareth C. Jerusalem Die richtige Antwort ist A. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem geboren. Frage Nummer 6 Die Geburt von Jesus sagten drei Weisen voraus. Wie heißen sie? A. Rolf, Balthasar, Melchior B. Balthasar, Lukas, Melchior C. Kaspar, Melchior, Balthasar Die richtige Antwort ist C. Diese Weisen heißen Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie nennt man auch die heiligen drei Könige. Frage Nummer 7 Wem verkündete ein Engel die freie Botschaft der Geburt Jesus? A. Den Königen B. Den Hirten C. Den Stadtbewohner an? Die richtige Antwort ist B. Nach der Weihnachtsgeschichte in der Nähe des Stalls passten Hirten bei Heilignacht ihre Schafe auf. Zu ihnen kam ein Engel mit einer großen Freude über die Geburt vom Retter der Menschen und zeigte den Hirten den Weg. Sie gingen schnell zu dem Stall, wo sie Jesus in der Krippe sahen. Frage Nummer 8 Welche Tiere standen im Stall an der Krippe des Jesuskindes? A. Hund und Katze B. Kuh und Kamel C. Ochs und Esel Die richtige Antwort ist C. Im Stall an der Krippe des Jesuskindes stellt man immer einen Ochsen und einen Esel dar. Nach traditionellem christlichem Verständnis repräsentieren diese Tiere zwei Glaubensrichtungen. Der Esel, die Heiden, der Ochse, die Juden. Manchmal in einer Weihnachtsgrippe können auch andere Tiere stehen. Schafe und ein Hund, die mit Hirten in den Stall gekommen sind. Ein Kamel, ein Pferd und ein Elefant sind als Transportmittel für die Heiligen bei Könige. Frage Nummer 9 Wie nennen die Deutschen die Zeit vom 1. bis 24. Dezember? A. Moment B. Advent C. Argument Die richtige Antwort ist B. Die Zeit vom 1. bis 24. Dezember nennen die Deutschen Advent. Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Er dauert vier Wochen und hat immer vier Sonntage. Die Adventszeit endet an Heiligabend, also am 24. Dezember. Frage Nummer 10 Womit zählen die Deutschen die Tage bis Weihnachten? A. Mit einem Adventskalender B. Mit einer Adventsuhr C. Mit Finger an Die richtige Antwort ist A. Die Deutschen zählen die Tage bis Weihnachten mit einem Adventskalender. A. Traditionell hat er 24 Türchen, wo kleine Geschenke für Kinder liegen. Heute ist aber der Kalender in verschiedenen Formen und Ausprägungen verbreitet. Und heute ist das ein wichtiges Weihnachtssymbol in Deutschland. Frage Nummer 11 Der Adventskranz mit Kerzen ist ein Weihnachtssymbol. Wie viele Kerzen hat er? A. Zwei B. Vier C. Sechs Die richtige Antwort ist B. Ein Adventskranz hat vier Kerzen. Die Kerzen am Adventskranz symbolisieren vier Wochen. Ab Adventsbeginn bis zum Heiligenabend. Eine Kerze zündet man am ersten Sonntag, dann zweite, am zweiten Sonntag und so weiter. Am vierten Sonntag vor Heiligabend brennen dann alle Kerzen. Frage Nummer 12 Welches bekannte Weihnachtslied singen unsere deutschen Freunde? A. O Tannenbaum B. O Weihnachten C. O Advent Die richtige Antwort ist A. Das bekannteste Weihnachtslied in Deutschland ist O Tannenbaum. Dieses Lied entstand im 16. Jahrhundert und war ein Volkslied. Im 19. Jahrhundert wurde der Text von August Zahnack und die Musik von Ernst Anschütz verarbeitet. Und heute ist O Tannenbaum das beliebteste Weihnachtslied. Frage Nummer 13 Wie heißt eine bekannte Weihnachtsblume? A. Weihnachtsfeilchen B. Weihnachtstulpe C. Weihnachtsstern Die richtige Antwort ist C. Diese schöne rote Blume ist eine sehr populäre in Deutschland, vor allem der deutsche Name, unter dem die Pflanze bekannt ist, zeigt die Nähe zur weihnachtlichen Tradition. In religiösen Kreisen repräsentiert der Weihnachtsstern auch den Stern von Etlichem, wobei die roten Blätter für das Blut von Jesus stehen. Der Weihnachtsstern symbolisiert Liebe, Hoffnung und Wohlwollen in der Weihnachtszeit. Die Deutschen schenken gern diese Blume zum Nikolaustag, zu Weihnachten oder an Heiligabend. Frage Nummer 14 Wer bringt die Geschenke zum Weihnachten in Deutschland? A. Jesus Christus und Engel B. Das Christkind und der Weihnachtsmann C. Zetmarus und Sniguritschka Die richtige Antwort ist B. In Deutschland bringen das Christkind und der Weihnachtsmann die Geschenke zu Weihnachten. In vielen Teilen Deutschlands ist es aber unterschiedlich. Grundsätzlich bringt in Ostdeutschland und in Norddeutschland der Weihnachtsmann die Geschenke. In Süddeutschland und in einigen Gebieten Westdeutschlands ist das Christkind dafür zuständig. Frage Nummer 15 In vielen Regionen wird vor Weihnachten noch das Fest des Heiligen Nikolaus gefeiert. An welchem Tag findet das Fest statt? A. Am 25. November B. Am 1. Dezember C. Am 6. Dezember Die richtige Antwort ist C. Den Nikolaustag feiert man am 6. Dezember. Nikolaus war eine geschichtliche Person. Er wurde ein Bischof von Myra, eine Region in der heutigen Türkei und lebte dort ca. in Jahren 270 und 365. Der 6. Dezember ist sein Todes- und Gedenktag. Frage Nummer 16 Der Heilige Nikolaus bringt den braven Kindern kleine Geschenke. Wohin legt er sie? A. Unter den Tannenbaum B. In die Schuhe C. Unter das Bett Die richtige Antwort ist B. Am Abend am 5. Dezember stellen die Kinder ihre gründlich geputzten Schuhe vor die Tür oder zum Fenster. Sie glauben, dass der gute Heilige Nikolaus ein kleines Geschenk oder Süßigkeiten, Nüsse, Äpfel oder Mandarinen, Münzen und das Geld in die vorbereiteten Schuhe lässt. Frage Nummer 17 Was schmücken viele deutsche Familien zur Weihnachtszeit? A. Einen Tannenbaum B. Eine Buche C. Einen Kaktus Die richtige Antwort ist A. Der Weihnachts- oder Christbaum ist das weltweit bekannteste Symbol des Weihnachtsfestes. Die ältesten Belege auf einen dekorierten Tannenbaum stammen aus dem Jahr 1597 in Bremen. Die Tradition, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, verbreitete sich im 19. Jahrhundert von Deutschland aus über die ganze Welt. Frage Nummer 18 Welches der folgenden Gerichte ist ein typisches Weihnachtsessen in Deutschland? A. Currywurst B. Brezel C. Gänsebraten Die richtige Antwort ist C. Die Weihnachtsgans ist ein Festtagsessen, das im deutschsprachigen Raum traditionell zu Weihnachten serviert wird. Meist wird die Gans mit Äpfeln, Kastanien, Zwiebeln oder Trockenpflaumen gefüllt. Traditionelle Beilagen sind Rotkohl, Klöße und eine gebundene Soße aus dem Bratensaft. B. Brezel Weihnachten ist in Deutschland das wichtigste Fest des Jahres mit eigentlichen und schönen Traditionen. Die Deutschen beachten diese Traditionen, bereiten sich im Voraus auf Weihnachten vor und feiern dieses schöne Fest in den Familienkreisen. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe und Freude. Fröhliche Weihnachten